Okay, gib das Passwort ein. Jetzt. Gut, mal sehen. Ähm, überprüf es besser nochmal. Es war richtig, ganz bestimmt. Die Abwehrsysteme greifen uns an. Wir müssen durchhalten, bis SwissWidget kommt. Die Abwehrsysteme greifen uns an. Sir, Sie haben uns ein falsches Passwort gegeben. Undenklich! Außer, ähm, ist heute Dienstag oder Mittwoch? Egal, leider habe ich unser Treffen verpasst, aber ich musste einen Werbespot für unsere Waffenfabrik drehen. Aber, aber, Sir, was ist mit dem... Werbespot? Ich war super! Schaut ihn euch an! Megacorb sorgt für Wärme, Gesundheit und jetzt auch für Sicherheit. Hallo, ich bin Abercrombie für SwissWidget und ich begrüße Sie in der neuen Megacorb Waffenfabrik. Machen Sie doch einen Rundgang, um zu sehen, wie wir Waffen herstellen. Unsere Experten setzen alles daran, schwere Hightech-Waffensysteme zum Schutz ihrer ganzen Familie zu entwickeln. Also kommen Sie vorbei mit der ganzen Familie. Unsere Führungen sind informativ und unterhaltsam. Wer weiß, vielleicht lernen Sie etwas dabei. Das war ein schicker Kerl, was, Jungs? SwissWidget Ende. Sir, Halt! Mr. SwissWidget, bitte melden! Vielleicht ist er ja noch in der Waffenfabrik. Wir machen hier noch ein Schwerter. Das war ein Schwerter. Wässer hat man ihn ihn so schwer. Ich bin nur ein Schwerter. Halt! Ich bin nur ein Schwerter. Ich bin nur ein Schwerter. Der Schwerter wollte er nicht mehr. Gewalt! Ich bin nur ein Schwerter. Das war's für heute. 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 Hier ist es, Und wieder... Das war's für heute. 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 Und... 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 Angela Cross ruft Ratchet. Auf Sicherheitsfrequenz 7 Echo Foxtrot. Hier Ratchet. Äh, Angela? Ist das dein Name? Ratchet hatte ich sonst ganz anders genannt. Ach, hat er das? Naja, ich will euch nur warnen. Die Halsabschneider haben mein fliegendes Labor gekapert. Aber arbeiten die Kerle nicht für dich? Nein, nicht mehr. Diesen Versagern hat wohl jemand mehr Geld geboten. Ich kann euch sagen, erst die Sache mit den Halsabschneidern, dann das Protopad, alles geht irgendwie... Was war das? Protopad? Oh, ja. Sie nennen es jetzt das Experiment. Hier, schaut mal. Oh nein, nein. Billy ist traurig. Ist ihm kalt? Hat er Hunger? Oder ist er... Oh mein, nein, nein, weg damit! Einsam. Nein! Das neue Megacore Protopad. Unser bezaubernder Freund lässt ihre Kinder ausflippen. Lust auf Fußball? Hat das Protopad auch? Willst du Fangspielen? Los, such das Protopad. Wie wär's mit Räuber und Gendarm? Hilfe! Polizei! Protopad will auch. Frag nur Billy. Das Megacore Protopad. Holen Sie sich Ihres gratis auf Bouldern ab. Direkt bei Abercrombie FizzWidget. Willst du damit sagen, das Ding ist als Hauszieher gedacht? Übertrage Koordinaten. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Ooh. Willst du dich! Versag End demand ... Natürlich. Cadual Ja. My friends. ische Spendett seu Ball so. Das ist Ja. Das war's für heute. Ich werde Ihnen ja staunlich vorstellen, denn Megakorb in Sachen Raketen-Technologie vorstellen. Megakorb, wenn alles hier ist, auf uns zurück, aus die Flüge und in seiner Rakusche Raketen mit Gewichtserkennung, wie ihr seht. Oh, oh! Bitte füttern Sie die Tiere hier nicht. Sie können frisch aufbauen. Hier ist noch eine Räte, die in Formen hier entfallen ist. Sie ist recht groß und liegt sehr weit. Das ist die ZX-9-Galaxie-Marschrakete. Wenn der aufsucht, der erstes Eichhärtchen, Oho, in ein schwarzes Loch. Meine Gäste, Oho, die zurück. Aber wir wählen ihn als unseren helzigen Pionier in Erinnerung verhalten. Dann hätten wir dann auch die Gäste, die große Böse-Boppel. Dieses beliebte Zug zwingt er so gut mit dem Gäste. Über die Konkurrenz und machte Megakorb, so zum wessen konnten ein Signal-Anbieter. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Haben Sie noch warten? Nein. Dann kommen Sie gut nach Hause und schauen Sie vorher in unserem Servinierladen vorbei. Auf Wiedersehen! Dann kommen Sie bitte nach Hause und schauen Sie bitte nach Hause und schauen Sie bitte nach Hause. Dann kommen Sie bitte nach Hause. Wir hören, Halsabschneider. Uns erwartet Großes, also passt auf. Die Megakorb will, dass wir ihren Vorsitzenden beschützen, Mr. Fiswidget. Sie denken, er wird langsam ein wenig Gaga in seinem Alter. Und Sie sind besorgt um seine Sicherheit. Fiswidget ist etwas altmodisch. Daher möchte ich, dass alles mit... dem Anstand und der Höflichkeit vonstatten geht, die man von uns erwartet. Außerdem sollt ihr auf diese zwei Clowns achten. Ich habe ein persönliches Interesse, dass die beiden erledigt werden. Also, vendiere ich eine Pizza-Party für die Truppe, die sie erledigt. Denkt dran! Inklusive Getränke und Nachtisch. Ende. Ich habe ein persönliches Interesse, aber ich habe eine Pizza-Party für die Truppe, die sie erledigt. Ich habe eine Pizza-Party für die Truppe, die sie erledigt. Ich habe eine Pizza-Party für die reductions verbunden. Ich habe eine Service, glaube ich, da, Körger und die Autoren criteria. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020